Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. So, das ist jetzt ein Motto bei uns oder ein Slogan. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Und die Bibel sagt, wer die Wahrheit erkennt, die Wahrheit wird freimachen. Halleluja. Herr, danke für diesen Moment. Ich preise deinen Namen und danke für dein Wort und für diese Gelegenheit, heute noch dein Wort weiterzugeben. Halleluja. Amen. So, liebe Geschwister, wir sind in einer Zeit, wo das Wort des Herrn, wie Jeremia in der Bibel sagte, die Wahrheit ist verschwunden. Also, die Wahrheit wird nicht mehr so gepredigt, weil die Leute Angst vor der Wahrheit haben. Und ich verstehe auch nicht, warum viele entmutigt werden wegen Wahrheit, wegen Skandale in der Gemeinde. Aber seit die Gemeinde, seit die Gemeinde Joshua Maschia existiert, hat es also immer, immer und immer wieder Kämpfe gegeben. Der Feind hat immer versucht, die Gemeinde Joshua Maschia zu zerstören, die, also viele Spaltungen zu bringen, durcheinander. Es ist Teil der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde hatte auch damit zu tun, hatte auch mit vielen Kämpfern und sowas zu tun. Falsche Lehre gab es auch schon immer. Und wenn wir das also heute erleben, heißt es, das ist nicht was Neues, weil die Bibel sagt, das ist schon passiert. Aber bloß in dieser Zeit, also wo wir sind, die Frequenz ist also höher oder die falschen Lehrer werden mehr und mehr und mehr. Und es ist auch so ein Zeichen, also von dieser Endzeit. Weil Joshua Maschia sagte in Matthäus Kapitel 24, er sagte, achtet auf, also, dass jemand, dass die Leute euch also nicht verführt. Also viele verführen werden kommen. Wir können sogar, ich nehme mal, also, nehmen wir mal die Bibel in zweite, ach, ist es Elberfelder? Moment. Ich nehme Elberfelder. Schnell, 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 das kommt. Im Buch, ähm, erste, ne, sagen wir zweite Petrus. Gibt es auch in zweite Petrus, also ein paar. Zweite Petrus, Kapitel 2, direkt also ab Vers 1, lesen wir. Also, die Bibel sagt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Also, ähm, die Bibel sagt also ganz klar hier, es waren schon falsche Propheten. Es hat schon, also, viele falsche, falsche Lehrer und sowas gegeben. Und, und Petrus sagt hier, da werden noch falsche Lehrer kommen. Falsche. Die werden, also, viele Leute in die Irre führen. Und deswegen, also, wir als Kinder des Herrn, müssen wir also aufpassen und, und die Wahrheit suchen. Die Wahrheit, ähm, nach, ähm, nach dieser Lehre von Joshua Maschia, nach der Bibel. Deswegen sagen wir, alle zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia, weil viele falsche Lehrer gekommen sind. Viele, die führen einfach die Menschen in die Irre. Liebe Geschwister, ich hatte schon letztes Mal äh, äh, gesagt, Joshua sagt, er baut seine Gemeinde. Aber, da gibt es also Menschen, die bauen auch ihre Gemeinde. Die Gemeinde Joshua Maschia, die Gemeinde von Jesus Christus, sind von, ähm, von Menschen, also in, in dieser Gemeinde gibt es Menschen, die nur an ihm glauben, die nur Joshua folgen. Aber, was sehen wir also heute? Es wäre, da kommen also viele Menschen, die, 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 was machen sie, also die, die stellen sich also zwischen, also die werden sowas wie zwischen Menschen, die stellen sich also zwischen Menschen, die, die, die Menschen und unser Herr als, wie sagt man das also, als Wege, ähm, die sagen also, sie sind der Weg, die sagen also, die sind, ähm, die, die, wie sagt man das, also die, die sind also Führer, zeigen andere Leute, also den Weg und, ja, und führen viele Leute in die Irre. durch ihre falsche Lehre. Wie oft also werden wir das also hier sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Aber, ich erinnere mich, ähm, das war 2000, 2009, 2009 hatte ich also, ähm, äh, äh, also erlebt also mit dem Herrn. 2009 oder 10, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber, das war ungefähr in dieser Zeit, ich glaube 2009 sowas. Da, hatte ich ja sowas erlebt, ich hatte ja so einen Traum und in den Traum also kam, da gab es also so viele Leute auf einem Weg und sowas und, die sind da so gegangen, ja, sind gelaufen und so und dann bin ich, ich war auch dabei und dann ist da so ein Mensch, der ist also aus, äh, da war so ein riesiger Baum oder sowas, also aus diesem Baum, der war in der Mitte, ist also rausgekommen, bumm, und, halt sich also, hatte sich also als Jesus gezeigt, er sagte, ich bin Jesus und die Leute haben ihn geschaut und viele hatten geglaubt, aber ich war da und ich hatte, ich hatte diesen, diesen Menschen da angeschaut und da war ich, ne, du bist nicht Jesus, du bist nicht Joshua Maschia, er sagte, doch, er hat das also so oft wiederholt, ich bin Joshua Maschia und er sah so komisch aus, aber ich hatte einfach diese, wie sagt man das, also ich wusste tief in mir, dass der da nicht Jesus war, nicht Joshua war, und was habe ich gesagt, ich habe ihm gesagt, aber ich kenne Joshua, ich habe mal so eine Beziehung mit ihm, aber du bist nicht, also Joshua Maschia, dann hat er nochmal gesagt, doch, ich bin es und plötzlich hat er so eine Musik, irgendeine Musik gespielt, er hat sich also auf einem Weg, also auf dem Weg, so, da gab es also, er hat sich also auf den Weg gemacht, seine Musik gespielt und plötzlich, er hat irgendein Instrument genommen und ich kann mich nicht mehr erinnern, genau was es war, er hat irgendeine Musik gespielt und viele Leute hatten diese falsche Jesus, falsche Joshua Maschia gefolgt. Ich stand da und hatte geschrien, hey, hallo Leute, das ist nicht Joshua, das ist er nicht und die sagen, einige haben gesagt, doch, 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 das ist er, hörst du nicht also die Musik, hörst du nicht also was er spielt? und sagte, nein, das ist nicht Joshua Maschia, das ist er nicht, ich kenne ihn, er hat mich schon besucht, ich kenne Joshua Maschia, der da ist der falsche. Schon damals, schon damals hatte ich also diese, ich hatte diesen Traum bekommen, dass es also falsche Propheten, falsche Joshua Maschia kommen werden. Aber der Herr, unser Herr sagt also in seinem Wort, dass wir, wie kann man also solche Leute erkennen, wie kann man also diese falsche Lehre erkennen? In dem Traum da, konnte ich, konnte ich Leute sagen, das ist der falsche, weil ich einfach eine Beziehung mit dem Herrn hatte, eine Beziehung mit dem Wahren, eine, wie sagt man das, ich wurde von dem Wahren besucht, ich wurde von dem Wahren, dem wahren Joshua Maschia, den wahren Joshua Maschia, hatte sein Wort, er gibt sein Wort, und der wahre Joshua Maschia, gibt die Liebe der Wahrheit, er gibt also seinen Geist, und was ist sein Geist? Der Heilige Geist, der Heilige Geist ist heilig, wenn der Heilige Geist, also wenn dieser Geist heilig ist, liebe Geschwister, was ist als Erste, was versteht man also unter heilig? Er ist heilig, das heißt, die Sünde ist nicht in ihm, er gibt uns, er nimmt diese Liebe der Sünde weg, und schenkt uns die Liebe der Wahrheit, liebe Geschwister, aber viele gemein, viele Leute wollen die Wahrheit also nicht mehr hören, viele wollen nicht mehr die Wahrheit aus dem Wort des Herrn, das Wort ist die Wahrheit, darum, liebe Geschwister, darum, meine Geschwister im Herrn, wir sind in einer Zeit, wo wir für unser Glaube kämpfen müssen, wir müssen kämpfen, ich möchte uns also alle heute ermutigen, kämpfen, unser Glaube zu behalten, weil die falschen Lehrer, falsche Propheten, falsche Konfessionen, falsche, keine Ahnung, Kirche, Gemeinde, die kommen, es gibt also eine riesige Erweckung von dieser Gemeinde, guck mal also, schau mal ein paar Beispiele, diese Propheten, oder diese Pastoren, sind wie Stars, so viel Geld, verlangen Geld von den Leuten, und die werden sogar angebetet, also diese, diese, diese Pastoren, diese, diese sogenannte Stars, Sänger, christische Sänger, man betet diese Leute an, die sind da so Stars, die sind, keine Ahnung, ich erinnere mich, ich war auf einer Mission, hatte ich also eine Familie besucht, und dort, ähm, bin, ich bin also in dem Haus, also in, in diesem Haus, also reingegangen, ich hatte dort also ein bisschen, das Wort ein bisschen gepredigt, und, 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 aber, die Dame, die Dame dort, also in dem Haus, sie hatte so, so ein Poster, von dem Pastor, so riesiges Bild, also von ihrem Pastor da drin, und ich sagte, was macht ihr überhaupt, also Fotos, also von einem Pastor, hier bei dir, ja, das ist mein Pastor, und so und so, sie, sie hatte geglaubt, also, dass dieser Pastor, dass sein Bild, also, sie vielleicht, also beschützen konnte, schau mal, die Leute, die ein falsches, also ein Bild von, von diesem sogenannten Jesus, der, 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 der hat das blaue, Augen, lange Haare, sieht, also richtig weiß, wie jemand, der aus Skandinavien, also kommt, aber, Jehoshua Maschia, sieht nicht so aus, wer hat überhaupt, Jehoshua Maschia, so fotografiert, das ist, also der falsche, falsche Jesus, aber, was passiert, die Leute, haben, also solche Bilder, in ihren Häusern, Einige beugen sich, sogar vor, vor, vor solche Statue, sehen wir nicht, dass viele in die Irre geführt wurden, so viele falsche Lehrer, einige tragen, sogar irgendwelche Kreuz, und glauben, ja, weil Jehoshua Maschia gesagt hatte, wer mir, wer mir so folgen will, soll also ein, sein Kreuz tragen, aber das ist nicht dieses Kreuz, liebe Geschwister, das ist das Nichts, falsche, falsche Lehrer, die Bibel sagt, wir können das also nochmal lesen, es waren aber, also 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1, es waren aber auch falsche Propheten, unter dem Volk, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, sein werden, das heißt also, ich brüche jetzt also in die Zukunft, in unserer Zeit, falsche Lehrer, die verderbenbringende Parteien, ja, was heißt also Parteien hier, Parteien des Verderbens, oder verderbenbringende Lehrmeinungen, Parteien heimlich einführen werden, die werden, die verderben, die verderbenbringende Parteien heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnet, also das heißt, Joshua, Maschia, der Herr, der Herr, unser Herr, die verleugnen ihn, das ist genauso, wie der Herr sagt, also in Jesaja, er sagt, ich habe Kinder, Kinder gebracht, also Kinder, Kinder auf diese Welt gebracht, und die haben sich, also, die haben sich, also, gegen mich angetan, die bekämpfen mich, also, heute, die Menschheit, die Menschheit ist gegen unser Herr, ich hatte das mal, von dem Licht, das Licht ist gekommen, aber die Dunkelheit, das Finsternis, hat das Licht nicht angenommen, die Menschen wollen die Wahrheit also nicht mehr hören, wenn wir sagen, zurück zum Wort, was heißt das, zurück zum Wort, aber zurück zum Wort, ist das Evangelium, die gute Nachricht, diese gute Botschaft, es ist einfach das Evangelium, es ist keine neue, wie sagt man das, also neue Botschaft, oder sowas, irgendwas Besonderes, neue Botschaft, nein, es ist das Evangelium, zurück zu Jeshua, Maschia, weil die ganze Welt, viele Christen, viele sogenannte Gemeinden, sich also von dem Herrn, von diesem Weg, einfach, wie sagt man das, die sind da so, woanders gegangen, einen anderen Weg, folgen ein anderer Jeshua, Jeshua, Maschia sagt, meine Schafe erkennen meine Stimme, die erkennen meine Stimme, das heißt, er hat seine Schafe, die Leute, die er selber, selber berührt hat, nicht die, die sagen, sie sind da so Kinder des Herrn, und haben kein Problem, also mit der Sünde, können lügen, ganz einfach, ohne Probleme, können die Leute manipulieren, ohne Probleme, können das Gelder, also von den Kindern des Herrn, einfach so nehmen, ohne Probleme, fühlen sich also okay, in der Sünde weiterzuleben, ohne Probleme, die da, sind nicht vom Herrn, die sind nicht vom Herrn, ach, Jeshua, Maschia, darum möchte ich uns also alle, liebe Geschwister, wir sollen diesen Kampf, der Wahrheit, weiterführen, in der Wahrheit zu bleiben, die Wahrheit weiter zu predigen, die Wahrheit weiter zu verkündigen, ob die Menschen es wollen oder nicht, die Wahrheit leben, in der Wahrheit weiter leben, Alleluja, Alleluja, Paulus sagt also, er sagte, ich habe, ich habe diesen Kampf, wie sagt man das also, er hat den Kampf des Glaubens, zu Ende, lesen wir das, das ist also in Erste, in Erste Timotheus, bevor ich also was anderes, anderes sage, ach, Herr, Erste Timotheus, Alleluja, Erste Timotheus, Kapitel 6, Ah, Halleluja, Halleluja, Erste Timotheus, nee, Zweite Timotheus, glaube ich schon, warte mal, es ist also, Zweite Timotheus, Entschuldigung, Zweite Timotheus, Kapitel 4, ja, genau, Zweite Timotheus, Kapitel 4, sagt er, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, wow, Halleluja, Halleluja, liebe Geschwister, er sagt, er sagt, er sagt hier, ich habe den guten Kampf, den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, er war schon alt, bevor er gestorben ist, er schreibt, Leute, das sollen wir auch, wir sollen auch, dieser gute Kampf, der Glauben, weiter kämpfen, ich möchte uns also alle ermutigen, ja, einige können also gerade traurig sein, oder es fehlt irgendwas, und, 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 aber, Joshua, Joshua, unser Herr und unser Gott, unser Elohim, er lebt, er ist bereit, uns weiter zu führen, falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Christen, falsche Geschwister, Brüder, sind gekommen, und führen viele Leute in die Irre, aber Joshua sagt uns, wir sollen weiter, den Glauben bewachen, Halleluja, und es ist genau was, was Paulus also zu, zu Timotheus gesagt hatte, also in 1. Timotheus, 1. Timotheus Kapitel 6, ach, Halleluja, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12, lesen wir mal, Vers 12, er sagt hier, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, liebe Geschwister, kämpfe diese, also es ist, es ist ein Kampf, wir sollen also diese, diese guten Kampf also kämpfen, des Glaubens, diese Glauben bewahren, bis zum Schluss, egal was passiert, egal was die Menschen sagen, egal was, egal was, was in dieser Welt passiert, unser Glaube bewahren, kämpfen, damit wir das also nicht verlieren, Halleluja, 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 im Wort bleiben, deswegen sagen wir, zurück zum Wort, zurück zu Yeshua Maschia, das Wort, die Wahrheit, leben, wir sollen also prüfen, wie ich das also letztes Mal sagte, die Kinder des Lichts, also prüfen, die Kinder des Lichts, also die wollen, die prüfen, die nehmen die Sachen nicht einfach so, prüfen, bleiben also im Gegenwart, also des Herrn, und wollen, wollen einfach weiter, weiter, weiter in der Glaube bleiben, Halleluja, und er sagt, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast, das gute Bekenntnis, also vor vielen Zeugen, also kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Halleluja, sagt also die Bibel, sagt das Wort, ich möchte uns also ermutigen, liebe Geschwister, es gibt noch viel, viel, zu erreichen, viel zu tun, solange das Leben, da ist, solange wir am Leben sind, vertrauen wir auf Yeshua Maschia, vertrauen wir auf Yeshua Maschia, diesen Kampf weiter, weiter führen, bleiben in dem Wort, bleiben im Evangelium, und das Evangelium weiter, weiter, weiter predigen, Halleluja, Halleluja, und die Bibel sagt also, dass unser Glaube, unser Glaube kommt von was, also von Wort, von Hören, von Wort, von der Wahrheit, Halleluja, ah ne, ich will das nicht einfach so sagen, gehen wir in Römer, oh, das Wort, das Wort, die Zeit mit dem Wort verbringen, Römer Kapitel 10, Halleluja, Römer Kapitel 10, Römer Kapitel 10, Vers 17, Halleluja, oh, Yeshua Maschia, Yeshua Maschia, also, ist der Glaube, aus der Verkündigung, hm, aus der Verkündigung, da steht es, und das, das griechische Wort, bedeutet auch, hören, gehört, gehört es, Verkündigung, oder, oder, hören, die Verkündigung, aber durch das Wort, Christi, ach, Brüder, liebe Geschwister, ich nehme mal, also Schlachter, Schlachter würde, bestimmt, sowas anderes, hier sagen, oh, Herr, oh, Herr, oh, Herr, oh, Herr, Halleluja, Halleluja, Römer, 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 Römer 10, Vers 17, Halleluja, oh, Joshua, demnach, kommt der Glaube, aus der Verkündigung, die Verkündigung, aber durch Gottes Wort, auf Verkündigung, oder hören, haben wir gelesen, hm, der Glaube, kommt vom Hören, hören, was, hören, das Wort des Herrn, die Wahrheit, Joshua Maschia sagte, ich habe, ich habe, ich habe das Wort gegeben, dieses Wort, ich habe die Wahrheit geprägt, diese Wahrheit ist das Wort, zurück zum Wort, zurück zu dieser Wahrheit, wenn jemand kommt und sagt, ja, weißt du was, der Herr hat mir gesagt, du sollst so und so tun, er sagt, okay, wo steht das in dem Wort, wo ist das, bitte, nein, das ist, das ist so was, so eine Eingebung, also was ist, vom Herrn bekommen habe, bla bla bla, nein, nein, nicht mehr, wir wollen nicht mehr so sein, nein, dass jemand, also einen Traum hatte, in dem Traum, ist das und das und das, und das musst du auch tun, nö, so funktioniert das nicht, das Wort, die Beziehung mit dem Herrn, feste Beziehung mit Joshua Maschia, Halleluja, kämpfen für diese Glaube, dass der Glaube weitergeführt wird, Halleluja, predigen diese Glaube, den Glaube predigen, den Glauben verkündigen, hören von dieser Glaube, diese Glaube ist also das Wort, oh, das Wort Joshua Maschia, Halleluja, Halleluja, das Wort Joshua Maschia, predigen von dem Glauben, ah, im Galater Kapitel, ich glaube, also, Paulus hatte das gesagt, dass er, ähm, das Wort, also, das er bekämpft hatte, oder der Glaube, diese Glaube, das er bekämpft hatte, und heute predigt er das, wow, wow, Galater Kapitel 1, Galater Kapitel 1, irgendwo am Ende, oh, Joshua Maschia, dein Wort ist wunderbar, oh, genau, Galater Kapitel 1, Vers 23, sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigte jetzt als Evangelium den Glauben, denn er einst zerstörte, Halleluja, Paulus, Paulus hatte diese Glaube zerstört, bekämpft, und jetzt predigt er diese Glaube, er predigt den Glaube, er hat das gepredigt, er hat das gelebt, und er hat das bewahrt, und er sagt am Ende, ich, äh, Joshua Maschia, danke für den Glaube, danke für dein Wort, danke für, danke für das Wort, Joshua Maschia, danke für die Gnade, ach, für diese Gnade, Joshua, danke, danke, oh, Joshua Maschia, ich werde, ich werde da einfach aufhören, Halleluja, Halleluja, ich wollte uns also alle einfach ermutigen, Joshua Maschia, also diese, diese Glaube zu bewahren, egal was passiert, egal was, was um uns passiert, weil, es gibt so viel, falsche und falsche und falsche, letztes Mal hatte ich also ein paar, ähm, Sachen da bekommen, es ist unglaublich, was die Leute heute, äh, 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 predigen, falsche Lehre, um Geld zu bekommen, kommen also solche, solche, unglaubliche Lehre, habt ihr schon, habt ihr schon mal gesehen, also in bestimmten Gemeinden, wo, also Opfergabe einmal, und dann gibt es eine zweite Opfergabe, dritte Opfergabe, eine Opfergabe, also für, 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 für irgendwelche Aktionen, zweite Opfergabe für die Pastoren, dritte Opfergabe für so und so und so, die Leute kommen, also mit so viel Geld und gehen nach Hause einfach mit leeren Händen, die werden, die, die, die werden immer ärmer und ärmer und ärmer und ärmer. Diese Leute, und, und, und am Ende, diese sogenannten Pastoren werden immer reicher und reicher und reicher. Was ist das für ein Evangelium? Was ist das? Die kämpfen irgendwelche riesigen Kirchen, Gebäude, um Menschen da rein zu tun, da rein zu bringen. Ach, aber die Menschen selber haben nichts. Aber dieses Gebäude, Millionen und Millionen, Millionen, lernen also, dass man diese Cent, diese 10 Prozent, also von Einkommen, immer noch zahlen muss, diese Kirchensteuer. Falsche Lehre, das ist also das Gesetz, Mose, hatte nicht, es hat nicht mehr mit der Gemeinde heute zu tun. Nicht mehr. Aber nein, nein, es wird immer weiter, immer weiter. Wenn du das nicht zahlst, dann passiert sowas, und, 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 und. Was ist das also für ein Herr? Was ist das? Da kommt also irgendein Pastor und sagt, der Herr sagt, das ist deine Frau, das ist dein Mann. Du liebst die Person nicht, aber, nö. Der Mann of God hat das gesagt. Und so viele kaputte Ehe, viele kaputte Familien. Er predigt, 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 und ist nicht mehr in der Lage, seine eigenen Kinder, seine eigene Familie, sich um seine eigene Familie zu kümmern. Und sagt, ja, ich bin ein Mann of God. Was soll denn das, liebe Geschwister? Diese sogenannten Leute stehen in der Mitte, Prophet, Prophet, Prophetessen, oder, oder, Weissagungen, keine Ahnung, stehen da in der Mitte, und die Leute gehen dort, reden mit diesen Menschen, statt direkt mit dem Herrn zu reden. Falsche Lehre. Falsche, unglaublich falsch. Oh, komm, komm, nimm dieses Öl, dann kannst du dein Haus salben, wenn du das salbest, dann kannst du also so viel, wie sagt man das, also Blut von Joshua Mashiach überall schmieren, schmieren in dem Haus, schmieren, und so, so wirst du, so kann der Herr so dich, dich beschützen. Glaubst, was hat das überhaupt mit dem Wort zu tun? Und, und hör mal also, wie sie beten, oh Herr, ich bete, dass das Haus voll mit deinem Blut, ich gieße dein Blut hier, dein Blut, dein Blut, überall, alle Sachen also, werden also mit dem Blut Joshua Mashiach gegossen, alle, alle, geschmiert, und, 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 schmieren ihre Fernseh, schmieren also Haus, der Eingang der Tür, glaubt sie also, dass die Dämonen, diese, wie sagt man das, dieses, dieses Öl oder keine Ahnung sehen, und werden nicht also reinkommen? Du hast dich also so oft, also mit, mit diesem sogenannten Blut Jesus gesalbt, aber trotzdem bist du auch, bist du auch besessen, selber besessen von Dämonen. So viele falsche Lehre, die Liste ist so lang, so, so lang. Aber wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. Schau mal also die jungen Leute, schau mal die jungen Leute, der kommt da, und predigt, und macht also ein Hip-Hop, Rap, blablabla, vor dem Herrn, mit ein paar Bibelferse, die Hose also runter, man sieht also seine Unterhose, und die Mädchen, also sie, die sind da sexy, und singen, für den Herrn. Der Heilige Geist ist heilig. Glaubt ihr, dass der Heilige Geist also sitzt da, und, und auch, äh, äh, hat Spaß also mit, mit dieser Musik, Hip-Hop. Jemand, der, der, der singt so schnell, blablabla, mit dieser ganzen Kultur, und bla, bla, bla. Glaubt ihr? Oh, Herr, oh, Herr. Der Herr will so viele Menschen retten. Aber wie? Wie sollen sie, wie, 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 wie werden sie überhaupt gerettet werden, wenn sie immer das falsche Evangelium, ein falsches Wort, falsche Evangelium, wenn sie immer ein falsches Joshua, Jesus Christus oder so folgen, falsche Jesus hören, falsche Jesus also folgen, falsches Wort bekommen? Johannes der Teufel sagte, hier ist das Lamm Gottes. Er hat Jesus gezeigt, Joshua Maschia. Wo sind die Leute, die Menschen zu, die, die, die zeigen, Joshua Maschia, statt, ihre Gemeinde, ihre, äh, Versammlung, ihre Gruppe, ihre, keine Ahnung, wo sind diese Leute? Die sagen, geh, zurück zu Joshua, geh zu Joshua Maschia. Du brauchst uns nicht, aber du brauchst Joshua Maschia. Geh zu ihm, sprich mit ihm, bringen, bring keine Menschen, keine Menschen dazwischen, geh direkt zu Joshua. Wo sind sie? Oh, Herr Joshua Maschia, spreche deinen Namen, Herr, fühle uns mit deiner Liebe. Herr, danke. Darum, darum, haben wir gesagt, ja, wir werden hier in Deutschland arbeiten, das Wort verkündigen, wir werden nicht also aufgeben, weiter den Herrn erheben, Halleluja, Halleluja, wir werden also jetzt weiter mit der BIM arbeiten, die vier, wir sind gerade dabei, also die vier Evangelien und und dieses Testament von Joshua Maschia zu fertigen. Und mit Joshua Maschia Gnade hoffen wir, dass wir bis Ende dieses Jahres also diese Bibel bedrücken können. Halleluja. Und beten, dass die Kinder des Herrn, dass die Leute, die auch diese Arbeit so sehen wollen, die dieses Werk so sehen, dieses Projekt so zu Ende sehen wollen, weiter auch das, wie sagt man das, auch helfen. Weil diese Bibel, was wir vorhaben, wir wollen das also einfach kostenlos verteilen. Weil das, was bringt es überhaupt, das Wort zu verkaufen? Das heißt, die Reichen kriegen, die Reichen haben die beste Bibel und die Armen also kriegen nicht mal so eine Bibel. Wie kannst du, du kriegst also das Wort des Herrn, der Herr spricht zu dir und zeigt dir etwas in dem Wort. Eine Lehre hast du bekommen, du bist befreit also durch diese Lehre und dann nimmst du die Lehre, packst du das also in einem Buch oder auf einer USB-Stick oder Audio, keine Ahnung und fängst an das zu verkaufen. Die Bibel sagt umsonst habt ihr bekommen, umsonst gibt. Seht ihr also so viele falsche Lehre? Jemand bekommt also ein Lied, schönes Lied, singt also zu Hause Halleluja, Halleluja, oh Herr, danke für dieses Lied, danke für dieses neue Lied. Was passiert? Nehmt das Lied auf und verkauft es. umsonst bekommen, die werden sagen, ja, du hast keine Ahnung, du musst in dein Studio gehen, du musst so und so so viel zahlen und bla 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 bla. Diese ganzen Psalmen von König David, die sind kostenlos. Seht ihr, seht ihr, ich habe eine Liste von wahnsinnig falschen und falschen und falschen Lehren. Wir werden weiter auf die Straße gehen, weiter das Wort predigen, mit den Leuten reden, versuchen. Ihr habt also bemerkt, also ich bin, mein Akzent, wie ich also ausspreche, mein Deutsch ist also nicht so perfekt, nicht so wie viele, wie die Leute, die hier geboren sind. Ich bin ein Auswanderer und so. Ich habe also die deutsche Sprache hier gelernt, schon als Erwachsene. Aber es ist mir egal, ob ich also irgendwelche Fehler so kein, also nee. Hauptsache versteht man mich. Die Leute sollen mich also verstehen. Und mit was ich habe, gebe ich weiter. Was ich bekommen habe, will ich weitergeben. Halleluja. Ich schäme mich überhaupt nicht, ob ich also irgendwelche Fehler auf Deutsch oder keine Ahnung oder meine Aussprache oder es ist mir völlig egal. Ich weiß, jeden Tag mit Gottes Gnade werde ich besser. Aber ich will weitergeben. geben, was der Herr, was Joshua Mashiach mir gegeben hat. Halleluja. Liebe Geschwister in Deutschland, aufstehen. Wir sollen aufstehen. Unser Glaube bewahren. Unser Glaube weiter verkündigen. Unser Glaube auch bekannt machen. Das Evangelium. Die gute Botschaft. Joshua Mashiach danke. Ich preise deinen Namen. Amen. 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 Amen.